Hallihallo, mein Name ist Carina Lange, ich komme von dem YouTube-Kanal Foxing Karo und ich begleite heute Klippenhaus auf dem Hamburger Spring und Ressour Derby. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Abreiteplatz. Wir befinden uns hier jetzt direkt auf dem Abreiteplatz und im Auftrag des B judiciales. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.